hab mal eben in der pause zwischen den beiden folgen die kartenliste die ich mir angelegt habe aktualisiert aber erst einmal hallo seid's und willkommen zurück bei rainbow 6 siege ist ja schon lange lange her dass wir mal wieder flugzeug spielen das ist ja unglaublich eine dauerbrenner karte die bisher immer drin war war auf jeden fall oder ist kaffee auch clubhaus grenze war bisher einmal raus einfach war bisher kaum drin konsulat war bisher auch immer dabei küste war immer dabei oregon war mal einmal raus villa war auch einmal raus gehen von der neon dawn stimmt zum ersten mal das will er da raus war hier ist holz hat jetzt mal mit aufgeschrottet und tag ich komme unter kamera frau flugzeug jetzt fällt er mit der kamera das war ein abdenkungsmanöver da rennen gleich zwei heraus weiter zum standort des biogefahrgutbehälters endlich wieder termin mit einem a-cog aber die sprengladung fehlt tür ist zu also luke ist schon offen kannst du rein plumpsen luke ist offen ja die cockpit luke da ist ja noch der laser weiß nicht das geht doch das geht doch aua au kapkamine scheiße es wäre die kapkamine nicht genug kommt noch der kapkan an hast du den geschossen ja aber er hat mich sehr schnell bekommen hat über dich geschossen sehe ich gerade und dann hat er nicht bekommen er wollte womöglich deinen kopf treffen weil er dachte du drehst den schild weg zum schießen bandit ist der letzte op nach augmente nach 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 ganz schön waghals ist der jäger gegen carl die anderen beiden haben wir verloren wenn er stirbt geht er sofort raus der jäger jetzt müsste carl die schon drin sind und einnehmer der hekt noch draußen sein kadaver durch die gegend und carl die lassen flügel im weg und jetzt geht jäger runter zu kali auf die andere seite zum hacken wieder hoch ich dachte die da oben links immer auf blinkt flügel ist ja immer noch da noch keiner abmontiert wenn man merck einmal braucht zum abschweißen jetzt von innen raus snipen weg snipen durchs fenster das wäre cool 15 sekunden es bleiben noch zehn sekunden ein gegner ja kommt wirklich hinten hoch schafft es carl hier nicht mehr im raum gehen aber wirklich letzte sekunde sie musste schießen und hoffen dass der noch schnell genug ist zum vorkommen nicht schlecht nicht einmal außen entlang er hat sogar nase gemacht schämlich ich habe bei aq einen amerikanischen talisman eine flagge amerikanische flagge als talisman aus der ausgewandert der bio gefahrgut behälter muss jetzt lokalisiert werden ich habe doch da eigentlich gar nichts eingestellt abgaben 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 hoff aber die drums ist so vorsicht mozzi ist der letzte mozzi mit der kamera gucken ja ich habe erst mal in deckung rechts im cockpit ist niemand mehr luke ist offen aber oryx haben sie nicht der hier vorne ist ja schon kacke vorbei am kopf guck mal ob er hinterher kommt oder ob er mich vorher schießt kann man sich markieren auch die spielverleihung ich bin ja gerne runtergestürzt kalt ist ab da kann ich durchspringen durch das loch da muss es halt größer gemacht werden der ist treppe unten einer oder küche doch hinter ihm ist ja eigener trupp wurde eliminiert der kait spielt ganz schön lange bis ich kann die umdreht und die noch abknallt das wäre es so Wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen, den Raum sichern. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgutbehälter zlokalisiert. 10 Sekunden. 5 Sekunden. Eingang präpariert. Nicht in den Explosionsradius kommen. Beschützt den Bio-Gefahrgutbehälter um jeden Preis. Zugangssperre angebracht. Sollt sie nur kommen. Elektroinsatzschild eingesetzt. Kreppe kommen sie hoch. Hinterhalt gelegt. Sicherheitsabstand halten. Zugangssperre scharf gemacht. Abstand halten. Zugangssperre angebracht. Sollen sie nur kommen. Was? Ein Schadenspunkt habe ich da durchgekriegt. War das eine Verwunderung oder Beschwerde? Beides. Sophia hat ihre Granaten schon mal weg. Also zwei Sprengranaten. Oh, Carly ist nicht gut. Ich brauche Hilfe hier. Geht nicht, Carly haben sie. Ach, kommt Leute, Mann. Mach es. Ja, die war bei mir, Mann. Was macht ihr denn? Kann doch nicht sein, dass keiner kommt. Außerdem hätte man durch die eine Wand da schießen können. Lade Magazin nach. Oh nein. Jetzt ist es nicht euer Ernst, ey. Das ist doch nicht, warum die versteckt wird, ey. Statt die offen zu lassen. Dann halt nicht. Ist Frost im Raum drin? Ich weiß nicht. Nee, robbt jetzt was rein. Achso, die Frau Frost ist in der Küche. Das ist doch nicht euer Ernst, Leute. Wird ihr mich verarschen, er da? Ich... Kannst doch echt nicht sein, dass die beiden da hinten irgendwo rumgeistern, ey. Meine Fresse. Das ist doch nicht. Wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen. Ich vergesse die Luke oben. So ist der D-Ping. Das war die Falsche. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgutbehälter Luke gelegt. Das ist ganz schön gut getarnt. 14. Nur noch 10 Sekunden. Noch 5 Sekunden. Ein Gans präpariert. Nicht in den Explosionsradio kommen. Beschützt den Bio-Gefahrgutbehälter um jeden Preis. Küche, Cockpit ist jemand. Zugangssperre scharf gemacht. Abstand halten. Sie haben ihre Begrunnen, die Kinder von der System des Bio-Gefahrgutbehälter abhalten. Ja, der ist ja noch offen. Zum Schlafbereich. Zum WLP-Bereich. Die nehmen aber reichlich mit. Kamera bei mir. Ja, ich sehe sie. Hab sie. Und die Mattennetze ist da offen. Vorsicht, am gelben Pink ist auch jemand. Hat mich angeschossen. Also ich bin tot. Ich habe mich angeschossen. Hammermann. Schild eingesetzt. Hände direkt auf E-Bahnort. Luca, Luca ist offen. Oh Gott, das. Oh. Wie sie gegen den Türraum klatscht. Ach, die war schon unten. Ach, die schießen da oben von der Lucke auf mich. Hmm, Gepäckraum. Oh, ne. Hmm. 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 ja schon vier ist es was machst du ich habe kein main wurden jetzt drei gefunden den raum sichern wir müssen den bio gefahrgut behälter schützen was machen die da oben zu aber was machen die dazwischen keine wand mehr eine luca dann du da hinten 1 4 5 6 7 wo sind die anderen drei ja die habe ich schon mitgezählt trotzdem noch drei irgendwo dann haben sie da wahrscheinlich den kleinen raum komplett verstärkt toll miss hier ist null deckung man kaum verstärkt aber ibaner macht ja jetzt hängt er auch noch hier rein kaputt schon rein von der küche von den medizin reiner medizingang 2 ach man wechsel doch die waffe ich habe doch gewechselt man warum hat er noch die andere in der hand das gibt es doch nicht das kann doch nicht sein man diese roboter outfit sehen komisch aus also richtig richtig weil die gar nichts mit dem apparater zu tun haben hier sind schon wieder punkte das kann man nicht sagen hereford war bisher bloß fünfmal drin jacht aber bloß viermal oh man favela auch bloß viermal ja 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 carnival ja 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Die Bomben sichern. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Zum Angriff bereit machen. Untertitelung. BR 2018 Von jemandem von uns oder einfach nur geplatzt? Der ist kaputt nun. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Oh Mann, die ist immer dauernd. Die Ash. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Klar, Alter. Ich seh'n... Nee, das ist doch nicht dein Ernst, ey. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. 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 Schildträger ist tot, ist gerade keiner da. Aber rechts an der Tür kommt erst gerade. Feinde gefunden! Er hat geschossen! Wie noch kein Argus. Die Kamera ist drin, ne? Wir kochen doch mal. A2 sind noch draußen. Kamera am Dienst. Feinde lokalisiert. Die trauen sich gerade nicht so richtig rein. Wegen des bösen Auges, weil es leuchtet? Weiß ich nicht. Die haben ihn da die ganze Zeit vor der Tür rum. Ah, jetzt kommt's. Er wagt es. Minimal schlecht. Ja, minimal. Nur noch ein Gegner übrig. Nur noch 15 Sekunden. 10 Sekunden. 10 Sekunden übrig. 5 Sekunden übrig. Was ist denn? Gute Frage. Küche. Servierbereich ist auch nichts. Leider keine Zeit mehr. Da ist er. Da ist er. Ah ne, das ist Alibi. Ich hab den mal kurz am Eingang da, Weckerei gesehen, aber danach irgendwie nicht mehr. Merkwürdig. 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 Die Bomben schützen. Die Bomben schützen. Die Bomben schützen. Ich versterke die Wand. Ich versterke die Wand. Magazine wechsel! Oh, es ist einsatzbereit. Achtung! Ein Bombenstandort ist in Gefahr. Noch fünf Sekunden. Ich bin ja die Waffe! AVS ist einsatzbereit. Tür wird verbarrikadiert! Will dir willkommen ins Mattaus. Nur ein kleiner Pieps. Ein auch zu lang gewartet. Hammermann und Serviceeingang schon halbe Etage. Mästchen in Position! Ich bin der Junior, kein Sanitäter. Ash ist die letzte. Keine Sorge mehr wegen der Granaten! Da im Gamping ist so viel. Ist jetzt Bergbauraum. Ja. Wie geht's mir? Das macht's auch so viel. Nur noch ein Gegner übrig Okay, bergbar rum ist Gegner eliminiert, Missionsversorgung für eigener Bruch Und wieder Amaru am Fenster abgefangen Die RG 15, ist das die Waffe von Sophia und Ella? Nix mit C Hat 15 Schuss, nicht 16 RG 15 Wir müssen eine Bombe aufspüren Die finde ich Dann bar oder da auf der Ebene, wo wir waren Bar nicht, Prision, Lesesaal Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert Ah, scheiße, ich war zueinander, kacke Bar, geht schon Bombe, ja, im Geländer Ich dachte, du warst in der Bar Ich bin jetzt noch zu viert 5 Sekunden 5 Sekunden 5 Sekunden Belandet zu ihrer Position und entschärft sie Ja, klar Von da oben runter, weißt du Ey, das ist doch nicht dein Ernst Nein, warum muss der da aufschießen, Mann, der Idiot Du bist so ein Depp, Mann Das kann doch wieder nicht sein, ey Ja, ich verschwende alle deine Chance, um Clash zu kriegen, Alter, ey Hast du viel vorhin auch gemacht, alles reingeballert, was er hatte Ja, bei mir Meinst du auch, das tut ja cool Ne, gerade eben in der ersten, in der letzten Runde Da geh ich ungern rein So, Sega kam noch da Hm Ich bin jetzt nicht mehr Ja Ich bin noch ein Da Seht Ich bin noch ein Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Bomben schützen Alles gut Ein A-Cock vorm A-Cock A-Cock vorm 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 A Nur noch 5 Sekunden. Bombe vom Gegner entdeckt. Volkans aufgestellt. AVS ist einsatzbereit. Sie sind genau archiviert. Nicht in die Schusslinie des AVS geraten. Gerät wurde platziert. Das Gerät ist am Platz. Ich vergesse immer diese Tür. Das kann doch nicht sein, Mann. Scheiße. Meine Fresse. Das war eine Herausforderung. Aber ich hatte trotzdem meinen Spaß. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Dann fragen wir uns nicht mehr. Letzter verbleibender Gegner. Was ist das? Es wird entdeckt. Die Gegner eliminiert. Missionserfolg für eigener Bonds. Die Tür, wo jetzt das Fenster war, das nervt dermaßen. Die Tür, wo jetzt das Fenster war. Du meinst hier im T-Zimmer? Die Tür, wo vorher das Fenster war. Zum Drachen. Ich finde diesen Drachenbereich doof. Die Bomben sichern. Setz ihr Springmaterial ein. Setz ihr Springmaterial ein. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Verteidigt sie. Mach Geisha-Ducke noch zu. Die Wand ist verstärkt. Taten sind mehr wert als Worte. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Verteidigung entsprechend planen. Ah, jetzt hab ich ihn nicht wieder angemacht. Zu schnell wieder losgelaufen. Zehn Sekunden. Warum hat er ein weißes Licht? Die Storne ist kaputt. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Ich setze das Gerät ein. Störsender aktiviert. Es ist etwas zu ruhig. Was? Mann, ey. Okay. noch nicht jetzt spiel stehen nachdem vor dach innen die jingen ach mann das gibt es doch nicht Okay... Ahn... Szenas jetzt... Dieser Jackal. Küche sauber. Kakao Ketee sauber, ja doch. Das war so stillend ruhig. Clashy Clash. Bombe lokalisiert. Zehn Sekunden bis zum Einsatz. Fünf Sekunden. Rück zur Bombe vor und entschärft sie. Fünf Sekunden. Aroni ist, äh, haben sie. Okay, ist die letzte. Nee, ist tot. Ja, ist die letzte. Danke. Ist das ein Trottel? Er hat sein Nidro gemacht. Hat er was Aroni? Er hat den G-Dings geworfen und ausgeschaltet. Clashy-Clash im G-Ping. Oh, Mist, da war's Bein. Oh, Mann. Lendet ab. Shh. Ich werfe eine Rauchgranate. Ich werfe eine Rauchgranate. Der ist jetzt verletzt, Coach. Der ist ja hier. Die geht rein und der kommt auf einmal in die Tür. Also, Bandit war sehr zuvorkommend für mich. Ich meister seit Nidro erstmal gegen Aroni-Dings. Der hat die G-Dings damit. Hat mich letztens auch gefreut, als das der Lesion mit seiner Gummina auf Oregon gemacht hat. Ich will bei uns beim Brüten. Das war's Bein. Ich will bei uns beim Brüten. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Schlafzimmer sauber. Büro klingt auch sauber. Dann Küche oder Tee. Da hat schon jemand was reingeworfen. Ne. Kein Glück. Bandit ist der letzte. Gucken wir mal ob er das nochmal war. Vielleicht schmeißt Tatschanka so eine Schumika da rein. Da hab ich den Einsatz verpasst. Kannst du auch am Glöckchen bimmeln? Ne. Bitte lange mit der Kamera beschäftigen. Ungünstig. Ein Schäfer liegt draußen. Kite im Büro. Am gelben Ping hofft jemand. Okay. Es hat den Glass. Kite am gelben Ping. Restaurant. Ne. Es ist oben Schminkzimmer. Jawohl. Kite verletzten Schminkzimmer. Ja. Ach du. Gleich ist noch vor dir. Vorsicht. Die ist an der Kaltstelle. Entschärfer wurde erneut gesichert. Noch einer. Links. Bandit. Entschärfer muss zurückgeholt werden. Ah. Arschloch. Banditen links. Von Clash. Wenn du reinguckst. Kommt das nicht weiter. Drohne kaputt. Tschüss. Wenn du jetzt Spittergranaten hättest. Wenn du jetzt Spittergranaten hättest. Hier noch eine. Hier noch eine. Hier setze eine Drohne ein. Also hinter der Drohne kann ich nicht gucken. Der Raum wirkt uns sonst leer. Scheiße. 35 noch. Es robbt. Es robbt auch rum. Mir ist Clash. Nur du und ich. Ach. Ich hab das Loch nicht gesehen. Schade. Clash hatte mir den Rücken zugedreht, als er vorbeigelaufen ist. Das war bestimmt ein Lockmittel. Das sind nicht so viele Locken. Spielen. Er hat gar keine Locken. Wegen dem Strom ausgefallen. Ja. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Die Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Was denn? Die andere sehe ich nicht. Frau Frost. Was? Ich hab doch... Ist doch nicht dein Ernst. Ich hab beide Bomben angeguckt. Ich hab beide Bomben angeguckt. Das gibt's nicht ey. Jäger. Noch 10 Sekunden. Nein. Schütze sie nicht in den Tee. Das wär das, wenn sie daneben gefallen wären. Eins weiter. Gelangst zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Du hast den Entschärfer fallen lassen. Das war eine Runde zuvor. Je höher, desto besser. Oh, hier ist ein Fenster. Äh. Aha. Verteidigungssystem konnte ich ausschalten. Durch das Kamera. An der Außenkamera ist kaputt. Die Matte kriege ich nicht. Ich hab eine Bombe aufgespürt. Ich hab eine Bombe aufgespürt. Auf störste. Kein Kram. Deaktivieren die Elektronik. Lade neues Magazin. Neu. 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 Der Schafer ist nicht länger in deinem Besitz. Der Schafer ist jetzt gesichert. Oh Gott. Wie es runter plumpst. Da kommt da noch einer an. Er kommt zu mir hier rein. Moment. Ach Scheiße. Jetzt vergesse ich die Matte. Nein. Die Einkleideschrank. Ich bin tot. Oh Scheiße. Ich habe die doch vorhin gesehen. Tja. Die Willkommensmatten. Man guckt sie an. Man markiert sie vielleicht vorher noch. Man beschießt sie vielleicht vorher noch. Und dann auf einmal sind sie weg. Wie weg geblasen. Kenne ich nur zu gut. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss tschüss. 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 Tschüss.